Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved The Shanta Map. Ich habe jetzt gerade mir ein bisschen Spaltmeet gemacht und Narko Berries und da bin ich jetzt gerade dabei hier das zu machen. Dass wir dann halt jetzt die fehlenden Level bekommen. Und die werde ich jetzt beide einmal da rein investieren, dass wir dann wieder ein bisschen mehr erkunden können. Das ist uns ja ein bisschen versagt geblieben beim letzten Mal. Ich wollte gerade sagen, ich konnte eigentlich ein bisschen erkunden gehen, aber das konnte ich jetzt natürlich viel, viel besser mit dem Archie. Mal machen. Falls ich da nicht irgendwie... Moment, wo komme ich denn so im... Tatsächlich. Oh. Problem. Okay, dann werden wir vielleicht doch nochmal ein bisschen mit Nudes losgehen und ich sehe auch, ich brauche auch ein bisschen Fiber dafür. Also ist die nächste Mission jetzt erstmal... Ach, na, drühe Glasses. Das ist ja... Das ist ja eine Anspielung an Jurassic Park, an den... Ähm... Wie hieß er? Dennis Nardry? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr... Gar nicht mehr so sicher, wie er hieß. Auf jeden Fall eine Anspielung, der wurde ja von... Äh... Von den Dylos zerfleischt. Ich weiß aber nicht, ob ich sie Dylos nennen soll oder Dylos. Dylos ist eigentlich die englische Aussprache. Äh... Not sure about that. Was will ich denn jetzt mal machen? Ich kann eigentlich mal Stamina... Ja... Passt. Gut. Wie gesagt, ich werde jetzt mal noch ein bisschen Fiber hier abgrasen. Um da schon mal vorgesorgt zu haben, was den Sattel angeht. Ja, und dann bräuchte ich eigentlich... Äh... Skorpione, etc. Das Problem ist jedoch... Dass ich einen Argleck geschenkt bekomme. Danke dafür. Und, ähm... Nudelina nicht so hoch im Level ist. Also sprich, sie können ziemlich schnell ausgenockt werden. Ich muss gleich mal gucken, wie ihr Torpor wert ist. Und ich könnte mal kurz gucken... D-d-d-d-d-d-d-d... Ähm... Mit dem... Mammoth. Ach genau, das war ja das Problem gewesen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Need Metall. Und um das zu bekommen... Brauche ich Chitin oder Keratin? Ja, Schildkröten könnte ich halt auch. Schildkröten sind eigentlich ein... leichtes Opfer. Problem ist halt nur... Das ist unsere kleine Mutti hier. Ich könnte auch gleich nochmal wieder auf Gewicht gehen. Ähm... Nicht die Beste ist. Das ist echt ein... Problem. Und ich glaube... Ich mache mir... nochmal ein paar neue... Da brauche ich auch wieder Fiber für... Großartig. Trotzdem... Möchte ich die... Unter anderem machen, weil ich da auch nicht meine ganzen... Andererseits... Die sind zu... Ja, auf jeden Fall mache ich noch... Noch zwei oder so. Weil... Ähm... Die halt auch schwer sind. Kann ich meinen Raptor jetzt nicht so mit vollstopfen. Zumal ich ja noch die... Die Pfeile und die Bögen mit trage. Ist halt etwas kontraproduktiv. Gut. Was brauche ich, um mir... Flintwood und... Latsch. Ja, okay. Das wird man ja... Unterwegs ja wohl irgendwie finden. Genau. Welches... Du hast... 500... Ich brauche Meganoras. Titan und Mirmas. Skorpion. Oder Schildkröte. Und wie viele Dodos sind hier bitte? Was geht? Okay. Schild... Schildkröte? Hallo? Gott, oh Gott. Ja. Vorbei, das könnte... Könnte auch schon wieder schief gehen mit Newt. Es wäre halt praktischer, wenn ich noch die anderen dabei habe. Weil eine Schildkröte hat viel Leben. Und wenn ihr dann halt reinhaut... Es kann sein, dass ich da halt jetzt... Newt Lina auch unterschätze. Dass sie das locker hinbekommt. Was zum Hinkern mit den Dodos hier. Aber... Ja, das war schon einmal so knapp. Da muss ich sie ja jetzt nicht irgendwie... schon in Gefahr bringen. Aber es wäre halt... schöner gewesen, wenn man direkt so einen... besseren Raptor gefunden hätten. Aber was nicht ist, das ist halt nicht, ne? Habe ich eigentlich... Äh, mir... Ja, ich habe mein Home markiert. Okay. Aber ich brauche euch alle nicht. Ted und Mömmers oder so wäre cool, weil die kriege ich auch locker... Oh. Kommt her. Kommt her. Oh, cool. Habe ich erst mal den Baum umgesenzt. Nicht fressen, Newt. Newt Lina. Nein. Nein, 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 nein. Disable. Danke. Hast du die jetzt alle genommenst? Alle? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du die alle genommenst hast. Wie viel hast du denn rausbekommen? Ja. Geil. Naja. Werden ja nicht die letzten gewesen sein. Gehen wir nochmal ein bisschen auf Health. Alle genommenst? Wow. FPS. Achso, ich habe gar keins. Ich habe gar kein Level. Ah, da-di-da-dam. So. Auf zu neuen Taten. Welches Level bist du? Du bist? 36. Dich lassen wir mal schön bleiben. Alter, wenn man halt mal Megan Norris und so braucht, ne? Wieso ist mir denn kalt? Frag gar nicht. Sonst brauche ich die Mistfächer nie. Aber jetzt, wenn ich die einmal haben will, sind die natürlich nicht da. Ähm, wie sieht's aus? Nicht so. Wie gesagt, es kann sein, dass ich das jetzt unterschätze. Andererseits, der Raptor ist auch ein bisschen fragil. Da möchte ich halt jetzt einfach, da oben ist ein Skorpion. Frage ist halt, welches Level. Ja. Das lassen wir mal. Ich gucke mal. Ganz vorsichtig. Ich... Oh! Mhm. Mhm. Okay, er ist auf die Schildkröte gegangen. Äh, ja. Das hat ja gut funktioniert. Ich glaube, das war sogar... Skorpion von dem... Aber je nachdem. Ich hoffe, vielleicht die Schildkröte... Ja, guck mal, dein Kumpel da wird angegriffen. Dein Kumpel. Welches Level hat denn die Schildkröte? Oh. Ich glaube, das wird nichts. Ich könnte aber... Wow! Ah, jetzt aber, jetzt aber. Okay, snack den mir gleich nicht auf, ne? Ich brauche den. Danke. Ich könnte natürlich dich jetzt noch... Probieren, einen Platz zu bekommen. Aber dann muss die andere erstmal so ein bisschen weichen. Das war schon mal gut. Könnte ich dich nämlich versuchen. Welches Level bist du? Über 16. Ach, du bist das. Ihr seid noch ein bisschen geboostet. Mal schnell probieren. Okay, es hat jetzt leider ein Newtab gebaut, weil ich die halt da im Nacken hatte. Aber ich würde sagen, das war schon so ein bisschen von Erfolg gekrönt. So. Joa, 66. Dingens Kirchen. Könnte schlechter sein. Ach Gott, die ist immer noch wütend auf mich. Ich weiß aber auch, meine ich, dass das noch nicht reichen wird. Okay, gib mir mal... Das wird nicht so viel sein. Ich werde mich wohl eher mal versuchen, auf das Chitin zu konzentrieren. Wie viele Dodos. Unglaublich. Da möchte ich gleich mal gucken, was da drin ist. Deswegen bleibe ich hier mal im Umkreis, auch wenn er noch ein bisschen dauert. Ähm, stattdessen gucken wir mal hier die Schildkröte an. Vielleicht haben wir da ja Glück. Ach, da ist schon das Schneebiom. Level A, 28. Ich meine, gut, ich weiß, die sind langsam. Äh, und man kann halt immer wieder weg. Ich habe gerade echt etwas Angst um meinen Raptor. Lass mal sehen. Das ist Level 16. Ich kann es ja mal probieren hier. Weil mein Vielstamina ist auch nicht drin. Es ist eigentlich gar nichts drin. Bei uns am Raptor. Fragil, fragil. Aber Level 16 scheint drin zu sein, okay. Naja, Level 16 ist drin. Gut. Wow. Neun Keratin. Du warst ja spendabel. Nicht. Stopfen wir Newt mal mit dem. Fleisch voll. Newt Lina. Verzeihung. Bist du inzwischen schon unten? Oder wo bist du? Ah, so gut wie. Naja, ich denke, da kann ich mich eher auf Chitin konzentrieren, als wenn ich da auf Keratin warte. So, dann lass mal sehen, ob du irgendetwas Brauchbares für mich dabei hast. Ja. Das nehme ich mit. Das. Das brauche ich nicht. Naja, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir erst langsam etwas schwer. Dann werde ich mal gucken, was ich da mit Chitin schon machen kann. Damit ich weiß, wie viel mir da noch fehlt. Oh. Hallo. Oh. Na geil. Warum habe ich das befürchtet? Ich bin ja auch blöd. Wie sammle ich denn jetzt für meine Rüstung? Ich wollte doch hier für... Für meinen Archie. Sattel. Ich bin ja auch ein Held. Aber stimmt, ich brauchte immer noch Chitin für... Für meine Rüstung auch. Vielleicht sollte ich mich auch erst mal auf die Rüstung konzentrieren. Wobei der Sattel ist eigentlich wichtiger. Das andere, die... Die Rüstung... Könnte ich immer noch machen. Und du warst... Ich wollte gerade sagen, du warst der Level 80er, ne? Ich glaube, mir ist schon wichtiger, dass wir jetzt erst mal den... Den Sattel bekommen. Ich weiß auch, das Sumpfbiom war auch weiter weg. Das wäre auch für unseren... Für unseren Nudelina zu gefährlich. Also muss ich mich mit dem begnügen, was ich hier jetzt mehr oder weniger finde. Was nicht viel ist, weswegen ich dankbar bin, dass ich das so ein bisschen höher gestellt habe. Auch wenn aus... Keratin nicht wirklich viel rauskommt. Ich glaube, es ist noch ganz schön weit gelaufen. Ja. Heute mag Ark wieder nicht. Haha. Naja. Ja. Mit den coolsten Lecks kann ich eigentlich leben. Nein, nein, nein. Nicht abbauen. Das mache ich. Elf Keratin. Kann man schon mit leben. Vor allem das mit dem Keratin. Dann kann ich das ja auch dafür verwenden. Dann bleibt umso mehr Chitin für meine Rüstung. Ah, das ist ein Päcki. Oh, 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 oh. Hier. Oh, 96. Cool. Erstmal ein bisschen... Stamina. Und nicht auffressen, bitte. Nud. Nudelina. Sorry. Oh, das habe ich gesucht. Gucken, die Museen fliegen. Okay. Sehr schön. So, jetzt nicht, dass ich aus Versehen den Päcki anhaue. Oh, Gott. Der stampft hier so rum. Die sind so klein, ne? Die abzubauen ist echt... Okay, irgendwo... Da. Genau so etwas brauche ich. Oh, ich bin schon wieder gegen mein Mikro gekommen. Was ist denn heute los hier? Na ja, genau solche Vorkommen... Wenn man es Vorkommen schimpfen kann... Äh... Brauche ich. Genau so etwas. Und die sind mit dem Raptor ich leider gut. Und beim Sperr wären die auch in Ordnung. Päcki. Level 56. Päcki. Level 44. So etwas brauche ich. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 100 schon. Damit kann man leben. Ich brauche da irgendwas mit, ich glaube, 200 oder so. Also ich glaube, die, ähm... Chitin-Rüstung, die wäre jetzt locker drin. Die wäre drin. Ich sehe schon, komm. Bis ich mir die Chitin-Rüstung machen kann, kann ich mir die Metall machen. Großartig. Wie weit bin ich denn noch entfernt? Doch eigentlich kann ich mir so... Ne. Ich wollte gerade sagen, dürfte es eigentlich noch so... Geradeaus durch sein. Wie viele Dodos? Oh. Moment. Da kann ich mal gerade reingucken, bevor du nach dem Senkel gehst. Oh. Das werde ich zu schwer sein für dich, oder? Ja. Macht nichts. Äh. Da. Gehen wir das restliche Stück eben zu Fuß? Das ist auch nicht so schlimm. Na, da kriegen wir alles mit. Hier wird ja wohl nicht noch mal so eine Überraschung oder irgendwie auf uns, auf uns lauern. Alter, ist bitte Dodos hier? Oh, bei mir am Haus ist, glaube ich, auch wieder gerade so eins. Ne. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist nicht mein Haus. Das ist mein Haus. So. Dann würde ich auch sagen, mache ich gleich Schluss. Ich gucke noch mal, wie viel ich für den Sattel jetzt brauche. Es war auf jeden Fall jetzt mehr, was ich jetzt habe. Ich werde dann den ganzen Kram einmal so ein bisschen einsortieren. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch Platz habe. Vielleicht muss ich auch noch eine neue Kiste machen. Hast du noch? Ja, du hast noch das und das. Also ich habe im Prinzip 137, wenn ich das Keratin mitrechne. Ach, konnte ich ja ein Ding ins Machen, ne? Ähm. Da. Nein, das war der Tyranodonsattel. Ich habe es sogar. Wie geil ist das denn? Ja, dann würde ich sagen, wissen wir, was beim nächsten Mal ansteht, ne? Und vielleicht bleibt dir noch ein bisschen was Chitin-mäßig übrig. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.